ja das ist deine schuld ja also wir haben uns getrennt ja und jetzt hat das hat er nicht verkraftet und deswegen hat er sich selbst ungewacht oh mein gott das war so ein schlimmer anblick dieser körper und die steckdose hat er hier fast aber jetzt habe ich gesehen wie hässig er ist ich hoffe du landst da raus und trennst dich nie wieder ja also auf jeden fall er liegt in elektrics mittig und mir kam keiner entgegen und ich habe gesehen ist ja eben wenn es dort ich denke mal da wird jemand die pizze geliehen lassen haben jetzt da kann ich beliot safen für den kill die ansicht gesehen haben und was willst du schweizer ja ich sagst dich nicht weil die einzige person dich auf dem weg geht dorthin gesehen aber hat andy und bis zu uns gesehen navigation im kack hey was hast du da gemacht ich kann zumindest er und schweizer schon mal bestätigen dass er aus dem cockpit kam weil ich den kameras gestanden habe ja wo kam was man habe ich gesehen okay dann bleibt nur noch gülle und deadman die zwei sind also zusammen bei communications gewesen und dann haben wir uns da getrennt ich bin hoch richtung medics und was gülle gemacht hat keine ahnung also gülle hat sich auch irgendwann so aufgeregt dass man diese ausfragen gut oder gülle ich muss ich jetzt mal was fragen was hattest du was hast du gegen moris ich meine er war jetzt lange nicht dabei ist ja okay aber deswegen muss jetzt nicht so einfach kurz also ich meine ich glaube ich weiß was der hintergrund des ganzen ist also leute pass mal auf zwischen gülle und schweizer läuft ja was und deswegen ist gülle jetzt eifersüchtig geworden und er konnte es nicht mit ansehen dass moris schweizers herz gebrochen hat weil die sich jetzt getrennt haben und aus mitgefühl zum schweizer hat jetzt gülle einfach moris umgebracht um eigentlich schweizer was gutes zu tun weil er hat hat immer noch gefühle für schweizer und er will wieder bei schweizer gut dastehen und deswegen versucht er sich so wieder bei in schweizer das herz einzukaufen oh scheiße das ist wie spiel am morgen also nicht black stories okay also ich wollte gülle mit mir eigentlich auch klippen oder so gelaufen haule bist du noch da mach mal ein clip gulle und billi und bitte einmal noch oder ihr wartet noch 13 12 sekunden die gz haben war die gz haben wir gz